Bei der Andacht denken wir an Ernten, Empfangen, Sich Besinnen. Ich platze gleich. Es reicht! Sie kommen in mein Büro. Sie werden im Altenheim arbeiten. Dann muss man zum Rathaus und die bitten, was locker zu machen. Aber das ist mordskompliziert. Dieses Jahr fließt das ganze Geld auch ein. Wie war das? Was habt ihr getan? Ja, du sollst schmoren in den Flammen der Hölle! Das Radrennen ist eine wunderbare Idee. Das habe ich den Schwestern auch gerade gesagt. Fertig? Fertig! Unpack! Was ist denn mit Ihnen los, meine Lieben? Keine Ahnung, wie das funktioniert. Schwester Josephine, der Erlöser. Was verschafft uns die Ehre Ihres Besuchs? Wir wollen an dem Radrennen teilnehmen. Ach, verdammt, Herrgott, nochmal! Obwohl Ihr Team großes Potenzial hat, rechnen wir uns trotzdem gute Chancen aus. Vorwärts, Herrgott! Ja, richtig! Wir bitten Monsieur Pierre, uns zu trainieren. Hallo, Mädels. Wie es aussieht, müsst ihr doch meinen Mann ranlassen. Zeigen wir den verklemmten Himmelsbräuten, was wir uns an der Kutte haben! Ich werde dieses Rennen gewinnen, hast du verstanden? Und dafür werde ich alles tun. Los, Gwendi! Wiratsby! Wiratsby! Die 그런데, wenn wir es otherwise k precision net divinieren! Wiratsby! Los, Gwedi! Untertitelung des ZDF, 2020